Oh, wurdest du hier umgebracht? Tut mir leid. Echt jetzt. So, dann können wir auch in die nächste Etage. Etage. So, wann, was träumst du jetzt? Ah, schon wieder... WTF? Kennst du abschließen, Junge? Hallo, goldene Kacke! Ein goldener Kackeaufen. So, was ist hier im... Boah! Rich, ne geil! Goldener Kackeaufen, ich liebe dich. Ähm, rum und unten, unten. Hallo! Ja! WTF? Sind die explodiert und haben dann noch was fallen lassen? Ja, ihr seid auch... Oh! Ihr seht auch komisch aus. Ihr seid körperlose. Ach, das... Ihr seid sicher die Köppe von den anderen Typen da. Ich bin mir sicher. So. Äh... Na, komm. Da, nein! Die will mich töten. Boah, wenn ich jetzt auch noch durchgehe, dann hab ich vielleicht... Na. Boah, dann hab ich da nur noch ein Herz. Das will ich jetzt grad nicht riskieren. Weil das ist meistens nichts Gutes irgendwie. Oh, hier komm ich nicht mehr ran. Äh. Oh, die stehen hier. Oh, wieder goldene Kackeaufen. Ja. So, geht weg. Geh weg. Boah, ey. Guckt euch das... Das Geld an. Rich, nigger, ey. Aber ich brauch mal wieder... Heilung. Hallo, wer bist du? Oh mein Gott. Was bist du denn für einer? Gar nicht krank. Wow. Hallo. Ah! Wow. Das ist auch wieder so ein komischer Typ. Jetzt bist du fällig. Was ist das hier? Aha. Sieht auch komisch aus. Ein Herzchen. Ah, das... Das sieht aus wie ein Hodensack. Ich hab einen Hodensack am Kinn. Das ist so strange, das Game. Ich mag es. So, oh, jetzt hab ich... Ah, jetzt hab ich Life mehr. Okay. Was bist du denn für einer? Ach, du bist ein Bedürftiger hier. Kannst du noch eins haben. Und noch eins. Los. Oh, geil. Dankeschön. Jetzt geh ich erstmal einkaufen. Mit dem ganzen Geld. Schon eventuell muss ich gar nichts kaufen. Ich hab richtig viele Bomben. Boah, Moment mal. So, was gibt es hier überhaupt? Direkt wieder einen Schlüssel. Ja, das ist bisher momentan das Beste, weil ich hab keine Ahnung, was es da für Items sind. Okay, gibt es nichts mehr. Dann gehen wir da drüben hier noch rein. Ein Pilz. Odd Mushroom. Odd Mushroom. Wort auch immer, der bringt, ne? Wenn einer von euch die Ahnung von dem Spieler hat, kann er auch die ganzen Items, die ich finde und so erklären, wenn er will. Weil I have not, uh, no idea, what this is. Moment mal, ich hab ja genug Bomben. Ich kann ja hier mal eine hinlegen. Okay, nix. Kein Geheimgang. Hier, du kannst nochmal ein bisschen Geld haben. Okay, ne Leiter. The Ladder. Hä? Hä? Ah, jetzt. Ach so, jetzt kann ich auch hier. Geil. Ich hoffe, die behalte ich jetzt noch, bis ich abkratze. Hallo? Na? Ach, verdammt. Geh weg. Ah! Boah, ich hasse die Gegner hier, die mit dieser... Die, die wir jetzt hier grad klapp machen. So. Was ist hier? Oh, direkt wieder von den Typen. Können aber gleich alle down. Hier, die fliegen auch. Und noch mehr Bomben. Gar nicht übertrieben. Hallo. Aua. Blöder Sack. Auch ein Hosen-Sack. An seinem Ding. So, ich glaube. Hier noch gucken. Aber ich schnieg's. Okay, dann. Gegen wen? The Husk. Was du denn, ey? Ach, das ist das Fliegenteil. Auch richtig eklig, das Ding. Ih, Mann. Da kommen Fliegen aus deinem Mund. Was bist du denn für einer? Ist aber nicht so schwer. Gleich schon tot. Ih, sogar ne Spinne. Wie eklig. Ne Krone. Oh yeah. Ah, ha. Geil. Jetzt hab ich noch ne Krone an, dafür den Hoden-Sack. Nehmeh. Boah, das Geld, ne? Könnt eigentlich. Geh nochmal zum Shop. Weil ich hab so viel Geld, da kann ich mir direkt noch ne Bombe kaufen oder so. Mit so viel Kohle, Hammer. Da lässt sich leben. Also kann ich jetzt auch recht schneller laufen. So, Bombe. Hui. Mal kaufen wir dat auch noch. Pills. Was, was doch immer da bringt, da war. Ich hab's mal. Vielleicht bringt es mir irgendwie was. I don't know. I don't know. BTF. I don't know. My English is today very, very shit. So. Nächstes Level. Stein gegen den Kopf gekriegt. Haha. Fall von Coldmirror. Miracle-Clau geht aber mal gar nicht. So, was ist dat denn hier? Hallo. Ah, ne. Ne. Guckt. Ah, hier brauch ich nen Schlüssel, okay. Da brauch ich nen Schlüssel. Hallo Kopflose mit Anzügen. WTF. Ah, das Ding kann mir springen wie Sau. Ich hab die Leiter noch, das find ich cool. Ah, oh, ne. Die sind auch scheiße. Mag euch nicht. Autsch. Geht doch weg. So. Boah. Zum Glück hab ich diesen Helfertyp da. So. Ah. Dudum. Aber, ah, nein. Nicht schon wieder die Ölhaufen hier. Boah, ey. Wer die wieder richtig misshandelt. Hab schon wieder kaum Leben direkt. Ah. Wer bist du denn? Neger-Zombie oder wat? So, der ist zerstört. Der auch. Ah, Leben. Gib. So. Moment. Ah, warte. Hui. Ne, direkt auch mal. Okay. Ich hab bisher noch kein Secret Room gefunden. Room. Room gefunden. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich find jetzt voll Depri deswegen. Ne, natürlich nicht. So. Kohle. Da ist der Boss. Oh. Lust. Ah. Hast du Lust, wa? Und tschüss. Lol. Okay, dann will ich aber das hier ausprobieren. Geil. Direkt in einen Sekret-Ruhm geportet. Mit der Pille. Ha. Mit der Pille, ne? Das hier fällt mir. Ich will ja trotzdem nochmal zurück. Weil da war ja noch diese Pille. Immer diese Pillen, ey. Voll das Drogenspiel. Geht doch mal gar nicht. Hammer. So, jetzt. Wo war ich denn noch nicht? Unten war ich, ey. Ach so. Ah, Moment. Da kann ich ja wieder... Sollte ja jetzt eigentlich... Genau. Hier müsste auch noch ein Room sein. Laut der Karte, genau. Boah, was bist du denn? Okay. Tele-ge-... Tele-ge-metrie für Idioten. Also Anfänger. Und mir das was bringt. Das ist ein anderes Thema. Oh Gott. Ah, ja. Das war richtig dumm. Bring mich hier direkt wieder selbst um. Boah, du hältst jetzt hier die Schnauze. Oh, ein Schlußel. Glück habe ich noch Bomben. So. Dann, ja. Ich gehe da unten hin. Ja. Herzchen. Boah, ich habe immer noch richtig viel Geld. Kann ich ja eigentlich... Direkt mal den Kompass ausprobieren. The Kompass. Ich glaube, bringt der mir überhaupt was? Keine Ahnung. I don't know. TNT, los! Bam. Da kann ich jetzt hin? Ja. Ah, nee. Geht weg. Egal, ich kann jetzt hier hinstehen. Hier trifft mich die Sau. Nämlich gar nicht. So. Autsch. Hat er mich nochmal getroffen, die Sau. Iiih. Wieder diese komischen Typen da. Moment. So. Weg, Isha. Boah. Macht das doch kaputt. Bäm. 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 Boah, dass da nie ein Item drin ist. Echt enttäuschend. Äh. Aha. Jetzt kann ich da nicht mehr rein. Ha. Geil. Hat es jetzt ja voll gebracht. Na ja. Weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Außer ich soll es wieder vergessen. Das wäre auch gut möglich. Aber na ja. So. Bots. Ich komme. Wo bist du? Fistola. Heiliger. Was bist du denn? Ach du Scheiße. Ah ne, warte. Ah ne. Das ist die Scheiße, die dann kaputt geht, oder? Ja, genau. Oh, ich hasse dich. So ein Scheißboss. Aber mit der Hilfe von dem Typi, der da rumfliegt, ist das eigentlich ganz erträglich. Autsch. Nein. Ja, Leben. Gut. So. Fistola ist tot. Launch. Okay. Hui. So. Let's do level for dem, for der Mutter. Hey, guck mal. Haha. BTF, ey. War epische Musik. So, da kann ich hin. Ne Pille. Direkt mal ausprobieren. Probier jetzt hier auch mal aus. Hey, was ist das denn jetzt? Was schwebt denn da jetzt bei mir rum? Iiiiih. Ihr werdet gerade gehängt. Und ich muss euch jetzt töten. Äh. Lol, vor allem du. Du wirst irgendwie von etwas Unsichtbarem gehalten. Blö, geh weg. Geh weg. Geh weg. Hör mal. So. Ach. Ach, wie schön. Moment mal. Was? Jetzt hab ich gleich keine Bomben mehr. Geh doch. Geh mir was geiles. Los. Geld. Ich brauch Schlüssel. Ah, ich hab fünf Schlüssel. Okay, da brauch ich definitiv nicht. Ne Pille. Okay, lassen wir uns mal bei der Pille. Okay. Ah, nee. Nicht schon wieder. Hab dich doch erst gerade umgebracht, Mann. Geh doch weg. Okay. Nur noch die Dinger töten. Die sind ja... Nicht gerade stark. So, und noch ein Schlüssel. Übertreibt. Au, verdammt. Ja, sprengt euch gegenseitig weg. Ja, irgendwas. Autsch. Irgendwas bekommen. Ne Pille. Ich will mal dat hier. So. Oh. Ja. Ja, ich bin nicht Papst. Oder doch nicht. Weil ich schon die Krone habe. Schade. Ich wäre gerne Papst gewesen. Ja, zum Boss will ich ja noch gar nicht. Ich will noch ein... Verdammt. Egal. Ich will noch einkaufen gehen. Und zwar hier drüben. Ah. So. Was kann ich bei dir kaufen? Schlüssel? Herz. Ich will mal dat hier. Weil, ähm... So sterbe ich vielleicht mal nicht. Hier ist nix. Boah. Hallo. Was seid ihr denn? Geht weg. Ich mache direkt wieder mein Herz kaputt. Blöden Viecher. Los. Geht weg. Weg. So. Dafür gibt's aber ne Bombe. Hm. Boah. Passt du auf mich zu beschießen? Boah. Nee, nicht schon wieder. Toll. Jetzt bin ich viel zu früh im Shop gewesen. Geh weg. Weg. So. Okay. Jetzt hab ich das Herz im Shop direkt wieder verbraucht. Toll. Komm, gib mir ja Leben. Du vielleicht? Verdammt. Die wollen mich alle tot sehen. Wow. Geh weg. Boah. Sterbet. Nein. Verdammt. Lol. Hat es ihn aber auch gerade umgebracht, als ich da durchgerammt bin? Lol. Aua. Boah. Geht doch alle weg. Ah. Ah. Toll. Jetzt bin ich gleich richtig im Arsch. Ich sterbe wieder. Verdammt. Sterb. Los. Ja, du kannst auch so viel von den Dingern loslassen. Das ist mir egal. So. Bringt mir das was? Hui. Toll. Das hat's gebracht. Summer. Okay. War ich noch gar nicht. Na toll. Ja. Toll. Direkt am Arsch. Okay. Das war's dann also von. The Binding of Isaac. Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder. Das ganze spielen. Jetzt gibt ja hier auch noch andere Charaktere. Summer Marker. Blablabla. Aha. Oder muss ich zuerst. Ach, die muss ich zuerst freischalten. Ja. Mal gucken. Vielleicht. Ne. Wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.